Ich wurde nicht ein bisschen langsamer, ne? Alter, ey. Boah, ich hab da richtig Panik, ey. Nee, ganz sauber gesprungen. Der ist irgendwie noch so... Scheiße! Scheiße! Der ist steckend! Oh, der ist steckend! Da sind wir jetzt gleich nur am Rutschen. Das ist neu? Ja. Kannst du von da losfahren? Ja. Sicher? Ja, ich halt zwischenzeitlich an, wenn ich kann. Boah, ist das gestört! Da hat sich andere Fresse gelegt. Hier, ne? Ja. Nee, ab der nächsten Kurve da. Nach der Kurve? Ja. Ja. Ich fahr aber rechts in den Baum und links rum. Pass gut. Ja. 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 Ah ja. Aha! Aber war das die Scheibe? Hä? War das deine Scheibe? Nein! Stein! Auf! Ah nein! War es ein bisschen schnell hier unten auch, ne? Ey! Wo bin ich? Ich wusste auch nicht! Du bist mit Mach 10 über diese Kante gefahren. Ja, ich wusste auch nicht mehr, wo ich anhalten sollte. Das ging nicht mehr. Aber hab ich dann gut gemacht hier, ne? Ja, war schon okay. Ich hab's nicht ganz gesehen, aber weil ich ja nachher auch kurz rüber bin. Fertig? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Nicht den hier? Den hier nach oben ist es Hier. Ich glaub doch kein Mensch. Oh Gott. Oh Gott. Cool. Vor allem die gehen nicht am Hangen lang, die gehen einfach runter. Einfach runter. Alter. Alter. Oh. Aua. Ich kriege Fels. Ich hatte richtig Panik. Okay. Okay. Das ist kein Wunder, dass ich mich lang macht. Das war das gefährlichste, was ich jemals gefahren hab. Das war senkrecht mit einfach nur Felsen. Mein Fahrrad ist von links. Also ich hatte noch Kontrolle. Aber wir konnten doch nicht langsamer werden. Ich wurde nicht ein bisschen langsamer. Gar nicht. Weil vor allem, wir sind viel zu schnell in dieses Steilstück gefahren. Kann ja keine Ahnung. Und dann auch noch Laub. Was? Laub. Wo wir dann überhaupt nicht bremsen konnten. Ich bin doch ziemlich sicher. Ich bin doch ziemlich sicher, dass das nicht du machen sollst. Geh mal andersrum. Ey, fahr doch bitte nicht die Wand hoch. Geh mal andersrum. Geh mal vor dein Fahrrad jetzt. Nach vorne? Ja, man zieht schon mal vor. Nach vorne? Ja, man zieht schon mal vor. Das ist einfach ein Film, das ist dumm. Gut. Sag mal, seid ihr einfach nur behindert. Ich befürchte auch auf dein Geländer im Englisch. Gut beginnen. Hä? Guter Start. Alter, hier gehen überall Trails runter. Das kann nicht richtig sein. Das war richtig. Ja. Alter. 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 Alter! Ist das krank? Ja? Ja! Alter Lachse Alter Lachse Alter Lachse Boah ist das Smoothie ey das ist unglaublich Das ist so geil zu springen das Ding Ja Oha, ey. Schön vorher noch von der Pedale gegangen. Oha, was war das denn? Ich hab mir kurz ein Ei eingehauen. Ich dachte, nee, ey. Viel zu langsam. Wir sind wirklich sehr sicher. Wir sind hier jetzt. Hinteig. Werenker ist der Warte, also von der Taukstra. Oha, ja. Ich bin Ostraschland. Ich bin Ostraschland. Warte. Untertitelung des ZDF 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 Untertitelung des ZDF